Nägellackieren – Tipps Nägellackieren – Tipps. Nagellack hält besser, wenn er in mehreren Schichten ausgetragen wird. Außerdem sollten die Nägel beim Lackieren fettfrei sein. Nagellack liegt im Trend und kann kleine Unregelmäßigkeiten der Nägel gut überdecken. Wenn er lange halten soll, muss er jedoch sorgfältig aufgetragen werden. Nagellackieren – Tipps Bevor Sie damit beginnen, Ihre Nägel zu lackieren, müssen Sie Ihre Hände gründlich waschen und abtrocknen. Eincremen ist jedoch tabu, sonst hält der Lack nicht. Als erste Schicht tragen Sie einen farblosen Lack auf. Er schützt Ihre Fingernägel vor Verfarbungen und sorgt dafür, dass der Farblack besser hält. Wenn der Unterlack getrocknet ist, tragen Sie den Farblack in gleichmäßigen Strichen auf. Achten Sie darauf, die Nägel nicht komplett auszumalen und mit dem Pinsel nicht an die Haut zu geraten. Wieder warten Sie, bis der Lack getrocknet ist. Dann folgt Schicht Nummer 3, nochmals farbloser Lack, um die Farbe zu fixieren. Falls Sie den Lack später entfernen möchten, verwenden Sie Nagellackentferner ohne Aceton. Der ist deutlich schonender für die Nägel. Noch ein Tipp, häufig wird empfohlen, die Nägel vor dem Lackieren mit einer Feile aufzurauen, damit die Farbe besser hält. Darauf sollten Sie jedoch verzichten, weil es die Nageloberfläche unnötig angreift. Untertitelung des ZDF für funk, 2017